und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmersteinbaus heute mit einem set von playland das erste mal mit einem set von playland denn die all die sets sind erschienen es gab ja drum herum sehr viel bramborium und so wirklich hat das nicht geklappt das muss man ganz ehrlich sagen dass viel schief gelaufen in der kommunikation in der werbung und so weiter und so fort aber letztlich sind sie eben doch im laden gelandet wir haben uns ja auch zusammen schon die playtiff lidl filiale angeschaut und natürlich musste ich deshalb auch die aldi filiale mit euch zusammen auf diesem kanal im vergleich anschauen 24,99 kostet dieses set im aldi und ich sage es jetzt direkt nach dem preis noch einmal dieses set wurde mal wieder von scalpern und resellern gekapert in massen gekauft um sie dann irgendwie mit gewinn auf den verschiedenen gebrauchplattformen für mondpreise anzubieten das unterstützt ihr bitte nicht denn wenn dieses modell funktioniert wird es die nächsten male wieder passieren immer immer weiter und so kommen wir dort gar nicht raus natürlich ist die verfügbarkeit von diesem set auch eine absolute katastrophe für so eine große kette aber trotzdem bitte unterstützt die scalper nicht und kauft dieses set für keinen cent mehr als das was es im laden gekostet hätte die verpackung ist meiner meinung nach sehr lieblos gestaltet aber hey da kommt man bei einem discounter set denke ich sehr gut damit aus hauptsache die filiale an sich ist dann etwas schöner gestaltet das schauen wir uns ja zusammen an wir haben sticker dabei das wird aber wenigstens direkt auch vorn gezeigt das hat 933 teil und fördert die motorischen fähigkeiten und herausforderung herausforderung angenommen ich weiß jetzt auch nicht auf jeden fall ist die restliche verpackung relativ langweilig wenn wir uns die oberseite oder auch die anderen seiten anschauen da steht einfach nur der name in den verschiedenen sprachen und auf der rückseite haben wir die maße des sets und zwar wird das ganze am ende 38,5 cm breit 13 cm hoch und 25,5 cm misst das set in der tiefe wir haben auch noch ein paar detailbilder da erinnern ein paar sachen sehr stark an das little set aber es sieht schon mal nicht eins zu eins nach dem little set aus wir werden sehen was uns hier erwartet das sehen wir auf der verpackung nicht allzu gut dementsprechend machen wir das ganze doch zusammen auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an hier haben wir jetzt schon mal den gesamten inhalt des sets auf dem tisch verteilt keine sorge das sieht natürlich gleich wieder schöner aus wir haben wie es aussieht drei bauabschnitte die kennzeichnung der tüten ist schlicht aber absolut eindeutig man erkennt sofort zu welchem bauabschnitt das ganze gehört ebenfalls finden wir dann noch diese große plate eine große base plate und diese zwei plates einzeln verpackt und natürlich gab es im prall gefüllten karton auch noch die anleitung die schauen wir uns jetzt an denn über die steinequalität reden wir wie immer ihr kennt das ganze wenn wir auch wirklich etwas gebaut haben die anleitung ist aus einem ordentlichen papier sie ist geklebt wenn wir das ganze aufmachen sehen wir ein paar schöne sachen es wird nichts ausgegraut sondern alles weiter in vollfarbe dargestellt und neue sachen werden dann rot umrandet wir sehen auch die einzelnen bauabschnitte unterteilt und ich finde es immer schön wir sehen direkt was wir in diesem bauabschnitt bauen werden und wir bauen dann bei 236 bauschritten auf 102 seiten verteilt das gesamte set auf von hinten ist die anleitung komplett weiß eine teile liste findet sich nicht aber wir haben sticker bögen die wir darin finden zwei kleine dass das bei dieser preiskategorie von 25 euro für fast 1000 teile völlig in ordnung ist da müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen und es wurde ja auch auf der anleitung absolut eindeutig und fair gekennzeichnet ich freue mich sehr auf den bau fangen wir entsprechend jetzt auch anzubauen und wir sehen uns dann nach dem ersten bauabschnitt wieder 80 bauschritte später sehen wir uns das erste mal und es gibt durchaus schon einiges zu sehen wir haben diese ecke der front schon gebaut das muss ich sagen gefällt mir ziemlich gut denn wir haben da wie auch schon beim little playtube set sehr viele scheiben drin um diesen etwas moderneren look hinzubekommen die scheiben haben eine sehr gute qualität sind überhaupt nicht milchig haben nur leichte kratzer also das sind wirklich ordentliche scheiben wir haben zwei türen auch hier hätte ich mir lieber wieder schiebetüren gewünscht das sind wieder die normalen türen aber hier ist ähnlich wie bei little wahrscheinlich das problem dass die schiebetüren teile leider nicht in dem teilebestand des herstellers waren diese seite ist relativ langweilig aber man sieht hier dass hier doch relativ viele farbabweichungen leider in den weißen steinen zu finden sind bisher wurde der boden noch überhaupt nicht gefließt das war ja ein störpunkt finde ich bei der little filiale dort war alles durchgefließt was natürlich optisch seine vorteile hat aber mich dann gestört hat weil das ist ja eigentlich ein spiel set vor allem mit der zielgruppe kinder und da haben mir dann die jumper plates gefehlt mal schauen ob hier noch fließen oder jumper plates reinkommen oder ob das genauso bleibt ähnlich wie bei little haben wir hier wieder gebaute waren diese aber hier finde ich in einem wesentlich schöneren regal das ist lebensnah als die variante wie wir sie bei little gesehen haben und auch vom grundriss des ladens den wir bisher gebaut haben finde ich das relativ original getreu ich kenne auf jeden fall einige aldis die von innen so aussehen das gilt auch für diese flächen hier wir haben auch schon einen pfandautomaten gebaut ich hoffe dass dieser immer funktioniert und zwei kühltruhen die finde ich ganz nett gebaut wir haben dort jeweils zwei türen teile voreinander aber nur in der vordersten wirklich eine tür und hinten drin dann die angedeuteten regale genauso wie hier eine art ich würde es mal salatheke nennen bis hierhin hat das ganze viel spaß gemacht ich hoffe das bleibt so nach 165 bauschritten ist der grundriss nun soweit fertiggestellt es ist noch etwas dazu gekommen aber ich würde sagen im ersten babschnitt ist noch etwas mehr passiert wir haben auf jeden fall diesen kassenbereich gebaut diesen aldi würde ich wohl mit nur einer kasse eher meiden ich finde aber die kasse ist auf jeden fall ganz nett gestaltet wir haben hier wieder das typische regal in dem waren sind die ich jetzt nicht auf youtube nennen möchte hier unten die beutel ablage hier noch die griffstücke die sich natürlich die kinder schnappen können weil sie ganz dollen hunger auf süßigkeiten haben und dann im hinteren bereich wieder eine art warenannahme wieder einen spinnt und eine nicht durchlässige mitarbeiter tür hier muss ich sagen gefällt mir die aufteilung deutlich deutlich besser als beim little playtif set denn wir haben jetzt zwar einen sehr sehr engen gang hinter der warenannahme aber hier ist die warenannahme diesmal nicht der raum hinter dem pet flaschenautomat wir haben kein spinnt hinter dem pet flaschenautomat das ist einfach für mich noch einmal etwas sinniger aufgeteilt auch der ganze verkaufsraum ist finde ich recht sinnig aufgeteilt auch wenn man das ganze wirklich noch höher skalieren könnte also das optimum wäre wohl sich hier keine ahnung zwei oder vier filialen zu kaufen und eine riesige filiale daraus zu bauen die warenannahme ist dann sehr sehr ähnlich wie beim little playtif set auch dort war ja nichts gefließt hier jetzt auf dem gesamten boden ist nichts gefließt das gefällt mir besser natürlich fliesen sind erstmal auf den ersten blick schicker aber das hier hat einfach mehr spielpotenzial weil man figuren aufnoppen kann die jetzt in diesem fall wieder nicht dabei sind bei dem playtif clippys set waren sie dabei also irgendeinen tod muss man wohl immer sterben die warenannahme ist wieder relativ spärlich aber für so ein spielset finde ich absolut ausreichend wir haben auch wieder hier ein kleines lämpchen dran und als spielfeature diese tür die man nach oben bewegen kann ebenfalls deckungsgleich zum little set was ich bei diesem alti set hier sehr positiv erwähnen muss ist die steine qualität die hat mir auch beim little set gefallen aber hier sind die steine gefühlt noch ein wenig weicher zu verbauen das ist einfach eine sehr sehr gute mischung zwischen klemmkraft und angenehmen baugefühl also rein vom baugefühl stehen meiner meinung nach diese steine dänischen steinen absolut nicht nach er im aussehen haben die dänischen steine dann noch mal ein vorteil wir haben auch bei den denen farbabweichungen aber die farbabweichungen in diesem set sind sehr sehr extrem ja weiß ist bei jedem hersteller so ein wenig ein problem punkt was mich hier aber extrem stört dass wir selbst im selben steine typ farbabweichungen haben die sehr sehr eindeutig sind bei anderen herstellern ist es ja zumeist so dass die farbabweichungen dann wenigstens nur bei verschiedenen steine typen auftreten das alles hat mir aber den spaß noch lange nicht verdorben also geht es jetzt in den endspurt fertig ist damit doch auch schon unsere aldi filiale obwohl nicht hundertprozentig fertig denn am ende hat mich noch etwas sehr gestört es wird in der anleitung überhaupt nicht gezeigt wo die sticker verklebt werden sollen ok man hat sticker da ist es eindeutig wie bei dem aldi logo oder diesem logo doch noch ein paar stickern drin und es gibt auch kleinteilige sticker wie auf diesem sticker bogen wo wir zum beispiel diese milsani marken aufkleber haben und noch ein paar transparente die jetzt auf der kamera leider gar nicht wirklich aussichtlich sind und da muss ich sagen das war es mir einfach nicht wert die unbedingt dort aufkleben zu müssen dann haben wir aber auch noch dieses sticker ein aldi logo haben wir scheinbar einfach übrig dann haben wir die zwei die an die kasse gehen würden und noch dieses fans symbol und diese habe ich nicht aufgeklebt denn im bau wird nie gesagt was nun beklebt werden soll und was nicht und das stört mich ja an sich schon ich finde es immer schöner wenn im bau beklebt wird und auch in der gesamten anleitung gibt es nicht eine stelle auf der man sieht wie die sticker verklebt werden sollen finde ich irgendwie etwas merkwürdig auch wenn ich damit gut leben kann der einzige anhaltspunkt wo die sticker hin sollen ist tatsächlich die box von hinten aber zum beispiel diese milsani sticker findet man auch auf dieser box nirgends man kann das jetzt positiv auslegen und sagt okay die kreativität soll gefördert werden und jeder soll sich selber entscheiden wo es aufgeklebt wird oder man legt es negativ aus und sagt okay hier fällt dann auf dass der ersteller dieses sets und der anleitung wahrscheinlich noch nicht allzu viele klemmbaustein sets designt hat das möchte ich diesem set aber überhaupt nicht unterstellen denn es ist von der konstruktion absolut ordentlich das ganze ist stabil wir haben am ende noch eine sehr sehr stabile dach konstruktion drauf gebaut und diese ist auch abnehmbar die ist auf jumper plates gelagert aber wenn ihr euch das einfach mal anschaut hier sind wirklich plates über plates dann noch ein paar bricks eingebaut wir haben hier ein sehr dickes massives dach was sich kaum verbiegt also wie gesagt die dach konstruktion ist wirklich gelungen genauso wie ich die gesamte filiale rein optisch von außen vom aufbau auf jeden fall gelungen finde sie ist aber langweiliger als die little plate filiale das muss man ganz klar sagen vielleicht realitätsgetreuer aber dadurch auch etwas monotomer man erkennt auf jeden fall dass das ganze ein supermarkt ist ich würde auch behaupten ich hätte erkannt dass es sich um ein little handelt damit kann schon mal nicht allzu viel schief gelaufen sein aber vielleicht ein paar kleine elemente und wäre es auf dem dach gewesen hätte man hier gerne noch reinbringen können um das ganze einfach weniger eintönig zu gestalten auch der weg dass das gesamte gebäude nicht gefließt wurde finde ich ist wieder zu krass ich finde komplett fließen zu krass wenn man gar keine noppen mehr hat also keine jumper plates oder ähnliches eingebaut aber nicht ein was fließen sieht dann wieder etwas billiger aus ich finde das stört dieses set noch verhältnismäßig wenig und wie gesagt das ist ein spiel set also alles gut aber wenn man so ein zwischending schaffen will zwischen set das bespielt werden kann und für sammler interessant ist dann wäre hier etwas fließarbeit natürlich noch schön gewesen und das wäre teile mäßig auf jeden fall auch drin gewesen denn wir haben hier eine absolut riesige menge an ersatzteilen also alles das was ihr hier seht ist über und ich habe extra noch mal geschaut ich habe nichts vergessen im set aber gerade dass so eine plate oder solche steine alle übrig sind ist ja dann doch sehr ungewöhnlich und ich glaube wenn man diese ersatzteile vielleicht ein wenig begrenzt hätte auf die standard ersatzteile dann hätte man durchaus ein paar fließen reinlegen können das an sich ist dicker in diesem set vorhanden sind finde ich überhaupt nicht verwerflich das habe ich schon am anfang gesagt aber hier haben wir ein sticker über zwei steine das finde ich immer etwas doof und auch diese transparenz sticker sehen nicht allzu gut aus wenn sie aufgeklebt sind ich werde euch da natürlich auch noch mal ein foto aus der nähe einblenden aber dass diese wirklich nicht so gut aussehen finde ich besonders schade weil natürlich das für diese all die charakteristik unglaublich wichtig ist dass diese sticker drauf sind andererseits ist es sehr sehr schön dass man natürlich die sticker weglassen kann und kann sein kind dann in einem generischen supermarkt spielen lassen querstrich sich selbst einen generischen supermarkt genauso über little muss ich sagen ist das von der idee wieder ein richtig guter marketing coup ich habe es da schon gesagt die kinder von heute sind die erwachsenen von morgen und so ein branding was sich einmal eingebrannt hat wieder aus einem kind raus zu bekommen ist natürlich sehr sehr schwierig und wenn das kind dann die ganze zeit seine abenteuer in einem aldi markt erlebt hat dann wird es vielleicht auch später mal in einen aldi gehen deshalb wie gesagt marketing technisch finde ich das ist eine sehr sehr gute idee und wenn es dann auch noch gut umgesetzt ist dann kann da nicht allzu viel schief gehen und hier sind wir wieder bei dem punkt es ist gut umgesetzt ich hatte durchgängig spaß ich finde das ganze optisch gelungen ich finde das ganze hat spiel wert aber es gibt immer noch ecken die besser gemacht werden könnten ihr habt drinnen wieder die leeren regale gesehen das finde ich schade wenn man das ganze bespielen möchte dann wäre es cool wenn da noch ein paar brote baguettes bananen oder was auch immer drin liegen würden um damit schöner spielen zu können da sind diese angedeuteten regale mit ein paar produkten drin die gebaut sind nicht annähernd vom spielwert so gut wie das gehen könnte in so einem set und über die sticker thematik und das komplette nicht fließen haben wir ja schon gesprochen genauso wie die farbabweichungen von den teilen obwohl das habe ich auch schon erwähnt vom verbauen sind die steine absolut klasse und gerade die scheiben sind sehr sehr vorbildlich aber was ich damit sagen möchte das ist ein gutes set bei dem man nicht viel falsch macht wenn man es kauft zu einem guten preis und das ist der fakt wie auch schon die little plate sets sind diese nicht die überragenden alles könne sondern das sind setzt die vor allem durch ihr preis leistungsverhältnis richtig richtig gut sind und wenn man dann bei preis leistungsverhältnis das preis aus der gleichung nimmt dann wird es schwierig deshalb ich muss es nochmal sagen unterstützt bei diesen sets bitte nicht die scalper denn das ist ein gutes set kein übertrieben top set was unbedingt ein must have wäre wenn ihr es zum normalpreis bekommt oder gebraucht zu einem guten kurs dann kauft das gerne aber nicht bei einem scalper der nur das set neu gekauft hat und neu verkauft um euch das geld aus der tasche zu ziehen ich finde rein vom produkt ist auf jeden fall dieser einstieg von aldi in dieses klemper steingeschäft sehr sehr gut gelaufen das alles drumherum das möchte jetzt hier nicht groß ausführen ich bin ja kein wirtschaftskanal ist aber wirklich nicht gut gelaufen also das ist hoffentlich nächstes mal etwas reibungsloser und ich würde mich wie immer freuen bei diesen supermarkt sets wenn die auflage endlich mal erhöht wird denn rein von der nachfrage sind irgendwie zwei oder drei sets pro filiale einfach viel zu wenig klar mit dieser künstlichen verknappung kann man vielleicht einen hype erschaffen die frage ist ist es das wert denn ich finde das braucht ein set mit fast 1000 steinen in dieser qualität absolut nicht wenn es nur 25 euro kostet das spricht der preis und das set für sich da braucht man so eine künstliche verknappung auf jeden fall nicht lange rede kurzer sinn wenn du das set zum normalpreis bekommt dann ist das auf jeden fall eine kaufempfehlung ich hatte viel spaß damit ihr werdet den auch haben wenn ihr das set selber selbst schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst den daumen nach oben und nabo daumen in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick